Greifen Greifen Zack Sehr gut Er ist blutet Kann man es auch töten Bitte nur hier in den Schuppen gucken ob hier noch was ist Und da kommt mir so ein Penner da entgegen Nicht so laut So und der da ist aber trotzdem noch Ganz ruhig Oh fuck Ganz ruhig Greifen Ja Oh mein Gott Schön ich muss hier gar nicht langweilig Ich bin hier lang gegangen Für nix Nix und wieder nix Warte Da war ich eben schon drinnen Oh Mist Ist von der anderen Seite verriegelt Hier hilf mir hoch Nein das kommt gar nicht infrage Na ich heb dich nicht hoch Wie sollen wir das sonst aufkriegen Ja komm hoch Gut Stell den Fuß auf Mach es nur auf Sonst nichts Geh klar Vorsicht Okay Oh Mal sehen Schmeiß dein Ding nie weg Tadaa Gut gemacht Das ist nur eine 1a Nahkampfwaffe Danke Ne So Die Sonne Aaaaah Kann ja mal kurz gucken wegen modifizieren hier Fertigung Also Dein Kumpel hat ein Auto für uns Und was dann? Ja Dann suchen wir Tommy Marlin meint er ist dein Bruder? Wichtiger ist dass er mal ein Firefly war Er weiß wo du hin musst Okay Er lebt weit weg von hier Deshalb brauchen wir das Auto Mh Davon habe ich auch stehen Messer Könnt immer wieder eins machen Und meine Nahkampfwaffe ist verbessert Gut Ich habe jetzt nicht aufgepasst wo muss ich nicht Ich gehe erstmal Komm hier da oben rein Ich glaube ja Erstmal gehe ich hier unten rein So Lauschen Und wer drinnen Da man Ich hätte gern Bier Wow Sieh mal da Was Schon mal gespielt? Ne Aber Ein Freund von mir war voll verrückt nach diesem Spiel Da gibt es wohl diese Frau namens äh Angel Knives Sieh da Sieh da Sieh das nochmal Sie schlägt dir ein Loch in den Bauch Und tritt dir dann den Kopf ab Ich war nie ein großer Fan von sowas Ich würd's gerne spielen Ich packen dir ein und wenn wir dann irgendwann Strom haben Dann kannst du mal ne Runde spielen Aber ja nicht jetzt Oh Fusel Weg Mensch Ellie Soll ich Blocker Ellie nennen oder was? Ellie Popelli Kurz wieder lauschen Ne Nur Ellie und ich hier Da kommt nicht rein Schöne hinten noch was interessantes Ups Nanananananana Zwerge? Ja das sind Zwerge Sie hat ein Rinderbuch mit Zwergen Ich fand sie immer so richtig niedlich Aber Feen nicht Die machen mir Angst Du machst Ellie Angst Hast du gehört? Die Zwerge sind die einzig Cool So Einsamen Voll Oh Also Kinder Eine Pflanze ist 10 Pillen wert Dann gehen wir mal die Straße weiter runter Richtung Sonnenuntergang Das sieht doch geil aus ey Das sieht doch geil aus ey Weg Quarantänezone Tja Tja Manche Städte wurden gewarnt bevor die Infektion kam Die meisten nicht Super Man Das ist hart Man Muss das Zeug zurücklassen Der Rest war härter Wow Sieh dir das an Sonst kriege ich hier einen Lumpenmogil aufsammeln So Was haben wir hier? Ach Munition Na eben nicht nur ohne Schlagzeug spielen So Kleberband Mastalgica Gerimeter Notiz Die verdammten Infizierten taugen zu oft Und Viel zu nah beim Unterschrift an der Kirche auf Anscheinend muss ich die Perimeter Schwachstellen mal wieder da ausräumen Wartet den für ein Geräusch So Mann das ist echt traurig Was denn? Diese Musik die hier herum steht Und niemand hier der sie sich anhört Verdammt traurig Hier ist eine F BAM Oh Mann Das Das Ist eine von Bills Sie haben doch schon den Sehnen Dein Freund ist paranoid oder? Na das kannst du laut sagen Und Wie ist der Sand so? Tja Er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen Er weiß wo es was gibt Dann hoffe ich dass wir auf der Suche nach ihm nicht drauf gehen Halt die Augen offen dann passiert nichts Genau Hier mal schön aufpassen Passiert doch nichts So So hoch hier Na Kirche ist ja unter Schlupf Luft ist rein Komm hoch Okay Da müssen wir hin So dann muss ich wieder runter die Planke von unten holen damit Nicht so weit Warten wir uns ruhig Ja Hier Das hier können wir Nehmen Warte mal Leg mal nochmal hin Hab ich ja total übersehen Warum sagt ihr mir das doch nicht dass ich das übersehen hab Hey Sieh mal an Sieht aus wie meiner Genau Dumm dumm Aha Kein Buchwechseln Gut So Hätte ich fast den Bogen da gelassen Man Das wäre echt peinlich geworden Ich bin Jetzt schon mal dann abzukürchen da das Bild zu unterschlupft Ich denke mal dass es die Truppe von Bild ist Ich hoffe es mal Scheiße Reise runter Ich glaube sie war runter Bleib ganz ruhig Mit dir warm zu werden Okay Siehst du den Draht? Berühren dich okay? Lass den Kopf unten Dann klappt das schon Okay So ich muss verraten Ich bin ein LKW Aber wer ist hier? Hier wird geblinkt Ja Ja Ist doch nicht Durch den LKW Unten drunter auch nicht Am Eck Tür Tür auch nicht Liegt hier irgendwo eine Leiter Die benutzen kann? Oh Mist Das war ein Scheiß Was soll denn da lang kommen? Die Knallgerät Okay Zurück Zurück Okay So kann man's auch machen Sehst du Zurück Ah Wow Das war doch fast Durchgeladcht Dey Bleib in meiner Nähe Oh Scheiße Oh Scheiße Oh Scheiße Ich hab dich Verdammt Bill Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen Da Der Kühlschrank Das ist das Gegengewicht Okay Dreht das Seil durch So komm ich runter Bin dabei Oh 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 Scheiße Sie kommen Was? Barsch 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 Okay.